hallo zusammen in diesem video zeige ich euch die weltquest jetzt im turnier die spielt sich ab auf makare an dieser position ich starte von dieser position aus hier oben sieht man auch die koordinaten kann man einfach hinlaufen von irgendeinem lichtgeschmiedeten signal und ich laufe jetzt ins weltquest gebiet ich habe keine ahnung was ich machen muss aber wird schon klappen an dieser stelle der hinweis dass falls euch meine videos helfen dürft ihr ihnen gerne einen daumen hoch geben was mich auch freuen wird ist wenn ihr mich abonniert da bin ich dann besonders motiviert weitere quests aufzunehmen und hochzuladen ok jetzt bin ich anscheinend in diesem trainer geist und ich kann mich nicht bewegen ich muss jetzt auf kampf beginnen klicken davon kann ich nichts machen aha jetzt kann ich auch die fähigkeiten benutzen es sieht jetzt nicht sonderlich schwer aus hat er blockt ok aber es sieht nicht gut für mich aus ok jetzt block ich weil es ein schrei gemacht hat man lernt ja dazu oh nein das schild wollte ich ja nicht benutzen kann man sich nicht heilen okay und damit ist die weltquest auch schon abgeschlossen ich dachte man muss alle drei gegner besiegen die hier waren aber anscheinend ist das nicht so ja wie vorhin erwähnt falls euch das video geholfen hat die weltquest abzuschließen würde ich mich sehr über einen daumen hoch freuen natürlich freut es mich auch wenn ihr mich abonniert da bin ich dann besonders motiviert weitere quests aufzunehmen und hochzuladen ich für mein teil hoffe ich konnte helfen dass ihr die weltquest abschließt ciao ciao